Jetzt werden auch in Eisenstadt Zelte für Asylwerber aufgestellt. Durch die sich ständig nach oben ändernde Zahl an Asylwerbern, die das Burngland aufzunehmen hat, hat die Innenministerin Johanna Mikl-Leitner entschieden, auch in Eisenstadt Zelte für Asylwerber aufstellen zu lassen. Momentan befinden sich 37 Flüchtlinge im Turnsaal der Polizeidirektion. Für Innenministerin Mikl-Leitner von der ÖVP ist das zu wenig. Deshalb werden jetzt auf dem Sportplatz der Polizei 20 Zelte für ca. 160 Asylanten aufgestellt. Warum sie mit der Anordnung nicht gewartet hat, bis die neue Landesregierung angelobt ist, bleibt offen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.